Hallo Lukas, was möchtest du heute Abend machen? Wollen wir vielleicht etwas zusammen unternehmen? Ja, gern. Was schlägst du vor? Ich würde sehr gern ins Kino gehen. Was für Filme siehst du gerne? Krimis und spannende Abenteuerfilme. Ja, sowas mag ich auch gerne. Was läuft heute im Kino? Moment mal, ich schau mal nach. Der wievielte ist heute? Heute ist Donnerstag, der 14. März. Im Odeon gibt es Hennenrennen. Der Film fängt um 20.15 Uhr an. Wir können auch erst um 11 Uhr gehen. Da gibt es noch eine Spätvorstellung. Was für ein Film ist das? Das ist ein Zeichentrickfilm. Nein, sowas finde ich zu kindisch. Was läuft sonst noch? Morgen ist Freitag, der 15. März. Stimmt's? Im Cosima gibt es morgen Romeo und Julia von William Shakespeare. Der Regisseur ist Batz Luhrmann. Das ist eine Liebesgeschichte. Nein, sowas finde ich langweilig. Das interessiert mich überhaupt nicht. Wie wär's mit Übermorgen? Tut mir leid, da kann ich nicht. Ich muss am Wochenende zu Hause bleiben und backen.